Ja Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rayman und ähm, ja, die letzte Folge kam vor drei oder vier Tagen oder so, dafür möchte ich mich noch einmal entschuldigen, aber es lag halt daran, dass ich Besuch hatte zum einen, der dann spontan noch einen Tag länger geblieben ist, weswegen es wahrscheinlich zu einer eintägigen Pause geführt hätte, dann wurde ich auch noch spontan krank, mag in der Armgruppe, lustig rumgekotzt und so und äh, ja, damit ich mir nicht selber stresse, habe ich mir jetzt noch einen Tag freigenommen, ja, um auch, äh, produktiv Erdkunde zu machen. Ich habe immer ein bisschen was gemacht, ja, auch wenn ich mit der Präsentation noch nicht angefangen habe, egal, aber andere Themen, ja, wir machen jetzt weiter, ja, wir haben ja jetzt, dank der Safe State sind wir ein bisschen schneller unterwegs und ähm, wir machen jetzt, äh, Albtraum Chaos auf 100%, ja, denn ich habe mich informiert, wo die letzten Gehwäge sind, äh, und das wird lustig, beziehungsweise es wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern, ja, ähm, ich muss ehrlich gestehen, dass ich gar nicht mehr genau weiß, wie ich an die Safe State setze, doch eigentlich schon, auf, was Shifter SDR geht, WF5, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ich glaube, Shift würde auf jeden Fall mehr Sinn machen, und eigentlich kann ich nach da oben hoch, anscheinend mal gerade nicht. Muss ich hier vielleicht erstmal töten. Achso, das fährt nach oben. Das fährt nach oben. Na los. Äh, ach, okay, das war jetzt dumm, aber... Ja, okay. Äh, 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 oh mein Gott. Man merkt jetzt, dass ich drei Tage keinen Rayman mehr gespielt habe, weil ich mich nämlich instant scheiße anstelle. einfach wieder keine Ahnung habe, was hier abgeht gerade. So, ich weiß jetzt, wo sie sind, ich hab's mir ja zum, äh, zum Not aufgeschrieben. Ich glaube, dass ich hier oben lang gehe, ist gerade mal ziemlich unnötig. Aber ich mach's trotzdem einfach mal, weil ich dann nämlich zum Beispiel sowas wie das Rote da bekomme. Haha. Äh, oh mein Gott. Oh, das war, das war zu viel. Ah! Ah, ich glaube aber, warte mal, ich geh nochmal zurück gerade. Kann ich zurück? Ich kann nicht mehr zurück. Doch. Ah! Na, großartig. So, hier muss ich nämlich ganz nach oben, wobei ich glaube, dass ich... Nein! Oh, wieso? Mann, genau dann lag, dass ich nicht richtig springen konnte, ne? Ist klar. Ah, dann muss ich nämlich, glaube ich, einmal diese Wolke berühren, damit das getriggert wird. Kann mich aber auch irren, wenn's jetzt nicht da ist. Ah, doch. Haha. Ich weiß nicht, ob ich diese Wolke hätte berühren müssen, ansonsten hätte ich auch noch eine andere Idee gehabt. Okay. So, und die nächste ist tatsächlich erst im nächsten Gebiet. Das heißt, ich kann jetzt erstmal... Voll... Boah, Alter. Voll produktiv weitermachen. Mein Gott, weiterspielen. Ich hab keine Ahnung, ob ich das ganze Leben hier eigentlich mitgenommen hab. Da gibt's ganz schön viele Leben in diesem Level. Geheime. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle mitgenommen hab. Letztes Mal. Wie soll ich da eigentlich vorbeikommen? Das hab ich nicht verstanden. Das hab ich nicht verstanden. Ich weiß, ich hab Safe Sales, aber... Ist mir egal. Mach's normal. Hm... Vielleicht muss ich mich einfach umdrehen. Das wär ja natürlich eine Idee gewesen. So, als folgendes. Level betritt. Dann drück ich Shift-F5. So. Ich hoffe, das ist richtig, wenn ich Shift-F5 drücke. Es war... Nein. Ach nee, Alt-F5 war das ja, genau. Alt-F5. So. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Da steht zwar irgendeine Uhrzeit im Hintergrund, aber ich hab auch irgendwas gecaptiert gerade. Ich glaub, ich hab grad einen Screenshot oder so gemacht, oder ich nehm sogar auf. Egal. Das andere wird ja hier noch alles... Oh, ich bin so dumm, ne? Ich bin auch nicht lernfähig. Ich bin einfach nicht lernfähig. Oh, jetzt bin ich echt tot. Knapper Schüssel, den ich hier mache, ja. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Ich hätte das Ding doch nochmal mitnehmen sollen. Mann, das ist doch gemein, ey. Ich hab jetzt schon wieder keine Lust. Ich mach hier Alt-F9. He, 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 he. Weil eigentlich muss ich mir das holen, weil sonst... Wird das Asi. Sonst wird es schwer. Denn ich brauche das lieber. Ist dieses Spiel nicht schön? Ist es nicht schön? Nein. Ist es einfach nicht. Ich glaube, der hätte ich auch unten weitergekonnt. Hab ich in dem Video gesehen. Aber ich wage es lieber mal nicht. Bin ich ganz ehrlich. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich drücken muss. Aber ich war hier vorher auch schon mal oben. Da war da nichts, glaube ich. Deswegen mach ich es einfach. Weil ich es kann. So. Und jetzt gehen wir hier ganz ruhig und sachlich ran, ne? Kein Übereifer. Ganz ruhig. Stirb. Ne, so geht das nicht. Ich verstehe nicht, wie ich da rüberkommen soll. Das war sowas von Assi. Da bin ich noch gesprungen, weil ich Angst hatte. Mann. Ich verstehe es nicht. Ohne Scheiß. Ich verstehe es. Ich verstehe es einfach nicht, wie ich da vorbeikommen soll. Boah, weißt du. Savestate ist und ich bin trotzdem einfach so langsam und scheiße. Dafür hasse ich mich gerade schon wieder ein bisschen, ne? Aber ich möchte die Savestate ja nicht zu inflationär einsetzen. Ich ärgere mich im Nachhinein schon, dass ich beim Boss so viel gestated habe. Wobei eigentlich auch nicht, weil der Boss einfach nur schwer war. Heißt, bei Bossen werde ich, glaube ich, wirklich ohne Ende staten. Ist mir scheißegal. Aber wenn ich es in den Leveln möchte, ich nicht so viel staten müssen. Das heißt schon so, dass ich mir diese ganzen Neuladen immer verkneifen kann. Aber wenn ich an jedem hinteren desgleichen Savestate setzen. Ist er denn jetzt wirklich arschig. Und ich schaffe es um Verbrechen nicht. Sowas wie da eben gerade. Ja. Mal gucken. Das habe ich, glaube ich, jetzt mal ein Savestate setzen werde. Da oben gleich. Na, eine 5. Mein Gott, da habe ich gerade ein bisschen Panik gekriegt. Hat man gemerkt, wa? Egal. Kann ich trotzdem. Moment. Dass der Sound dann irgendwie auch immer so halb fehlt, ist irgendwie auch merkwürdig, ne? Aber ganz ehrlich. Es ist mir mittlerweile egal. Ja, ich möchte einfach nur dieses Spiel durchspielen. Selbst wenn der Sound jetzt einfach komplett fehlen würde. Es wäre mir egal. Mein, äh. Spielstand opfer ich für gar nichts mehr, ja? Ich verstehe es nicht. Es geht ein... Es geht nicht. Man kommt da gar nicht vorbei, glaube ich. Ich glaube, das ist der Witz daran. Na gut, nämlich hat den Weg hier unten, ne? Vielleicht ist da ja noch ein Leben. Ah. Wollte ich sagen, weil ich war nämlich auch ein Leben. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das schon habe. Oh mein Gott. So, jetzt muss ich bis zum Checkpoint weiterspielen. Und ich weiß nicht genau, wann der zum Checkpoint eigentlich kommt. So, jetzt zurück erstmal alle 5, ja? Wird die geilen. Kleinen Steins hier. Ganz merkwürdig. Oh mein Gott. Ist da unten was? Genau. Da ist auch noch was. Ähm. Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt käfigrelevant ist. Ich werde es einfach mal machen. Weil wenn ich durch dieses berote Ding habe ich jetzt nämlich eine Wolke getriggert. Kann auch sein, dass es durch was anderes kommt. Kann ich mir nicht sagen. Boah, spring doch du... Alter, da wollte ich gerade das N-Wort droppen. Meine Fresse. Was ist das denn schon wieder? Das macht mich wieder richtig aggressiv einfach nur. Boah. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja, wo müssen wir essen? ein P. Natürlich. Spawn erstmal neue. Achso, hier war nur das Minigame, okay. Oh, Mann, ey. Batman ist wieder aggressiv hier. Weißt du, da kommt man gar nicht auf die Wolke rauf irgendwie. Funktioniert ja einfach gar nicht. So. Ich bin sowas von tot. Wohl vielleicht doch nicht. Äh, doch nicht. Wuhu. Ich hab's überlebt. So, und hier ist der nächste, den haben wir ja schon mal gesammelt, ne. Okay, speichern. Ich durche jetzt auch nochmal, Alter, 5. Einfach mal so. Weil sowieso ein Checkpoint ist. Ach, häh. Achso, den muss ich erstmal triggern irgendwie. Okay. Achso, natürlich. Dadurch. Ja, genau. Ha. Okay, Mann. Das war jetzt dumm. Aber kein Problem. Ich komm, ja, zurück. Boah, guck mal, wie gut ich das projektet hab. Habt ihr das gesehen, ey? Ich werd bekloppt. Äh, bitte was? Äh, okay, da war ich, äh, egal. Egal. So. Ich glaub, ich hab meinen Fehler gecheckt. Gleich wieder Lied vorbei. Dann spackt das Spiel wieder ab. Die Musik hält das Spiel konstant. Ist das nicht niedlich? Ich find das niedlich. So, hier nämlich. Flup. So. Hoffen wir, dass wir ihn jetzt getriggert ist. Das wäre schön. Das wäre wirklich, wirklich schön. Oh mein Gott. Ah! Meine Fresse. So, jetzt ist Sound wieder komplett weg. Dann mach nur mein Alte 5. Tut mir leid. Mach den hier. Und Sound ist wieder da. Kein Problem. Ja. Jetzt geht auch vorbei, Ray-Bad-Bad. Zack. So, Nummer 2. So, der nächste. Da muss ich jetzt selber genau gucken. Ich weiß selber nicht mehr ganz genau, wo es ist. Weil ich im Video auch nicht erkennen konnte. Ich hätte keinen Bock, da irgendwie noch groß nachzudenken. Ich glaube, das ist hier gleich schon irgendwo. Das dürfte hier schon bald irgendwo sein. Oh, das war aber arschig. Egal. Hat funktioniert. Ähm, ah ja, okay. Ach, bin ich jetzt schon vorbei? Da ist ja auch noch was. Moment. Das und der suchen wir mal genauer. Äh, 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 äh. Ah! Och Mann, ey. Ich denke nicht nach. Nachdenken? Ja, wow. Wow. Bin ich da so runtergefallen. Ich glaube es auch. Ah. Ich habe mir da jetzt nicht gespeichert. Hm. Häää. Was tue ich da? Wieso? Irgendwo muss man sich fallen lassen. Ja. Oh Mann, ich wollte doch nur mal kurz stehen bleiben, ey. Oh, das kriegt mich auf. Das muss ich in der Sound. Alles klar. Mann, das nervt mich doch gerade unheimlich. Das Spiel ist komisch. Es ist einfach so komisch. Ich würde Raymond Origins dem vorziehen. Mann. Wird Zeit, dass ich eh nicht mal Raymond Origins nachhole und Legends. Boah. Irgendwo muss man sich fallen lassen. Ich weiß aber nicht genau wo. Hier war das nur nicht. Scheiße. Da war, glaube ich, noch ein Hinweis. Das hat man nämlich erkannt. Zur Not, falls ich gleich schon am nächsten bin. Beim nächsten Käfig. Dann werde ich mich da einfach mal fallen lassen. Ich werde es ja dann sehen. Ne, hier war das, glaube ich. Kann das sein? Ja, 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 ja. Guckt euch an hier. Aha. Ich bin aber gleich tot. Das finde ich dann nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Aber da ist ein P. Ja, da ist ein P. Ich hoffe, es gibt mir ein paar Leben zurück. Irgendwie verstehe ich. Habe ich noch nicht ganz verstanden, wie viel sie mir wiedergeben. Ach so, natürlich. Da sind, da kreisen so goldene Dinger drum. Ja, wow. Spiel. Großartig gemacht. Großartig, Spiel. Großartig. Ich konnte ihn nämlich nicht treffen. Oh. Ah. Ich habe keine Lust mehr. Mann, ich hasse das Spiel. Ich hasse es. Boah, ey. Ist das nervig. Ist das so nervig? Ich glaube, nervig ist echt so das Wort, was ich am meisten gesagt habe. Aber auch das, was am meisten zutrifft. Es ist einfach nur nervig, dieses Spiel. Unglaublich nervig. Aber nein, ich ziehe das jetzt durch, ne? Wir machen keine Pausen mehr. Nein, nein, nein. Nur nochmal nein. Ich werde das jetzt einfach durchziehen, ja? Augen zu und durch. Wobei Augen zu... Sound, please. Wobei natürlich, äh, Augen zu fatal ist, weil dann kann man es erst recht knicken. Die ganze Wixi hier. Oh, vielleicht state ich öfter. Aber das möchte ich eigentlich. Ich vergesse die aber auch einfach. Ich bin aber auch einfach nicht lernfähig. Jeder andere würde sich merken, aha, da ist ja so ein Ding. Aber ich kann das einfach nicht. Aber ich kann das einfach nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich merke mir so eine Kacke nicht. Weil ich einfach... Okay, wenn ich privat zocken werde, würde es wahrscheinlich ein bisschen besser laufen. Weil ich privat nicht ganz so, äh... Ja, toll, dankeschön. Dankeschön! Ich habe keine Lust mehr! Oh, Mann! Okay, und ganz ehrlich, es ist mir egal. Ich werde jetzt einfach save state tammern. Moment. F9. Es ist mir egal. Es ist mir so egal. Es ist mir so fucking scheißegal. Wenn ihr rumheuert, ist es mir sowas von egal. Alter, 5. Mann, ey, wie ich trotz save states einfach so lahmarschig in dem Spiel bin. Und einfach nicht vorankomme. Weil ich bin einfach nur so unfair. Es ist nicht schwer, es ist unfair. Ja, ich weine jetzt schon wieder rum. Ganz ehrlich. Ich hatte gehofft, dass ich save space mich vor Rages und so bewahre. Und das funktioniert trotzdem nicht. Das Spiel kotzt mich einfach immer noch an. Boah, halt doch deinen Maul, ey. Wie soll ich da denn sonst rüber... Weißt du? Und der Wichser muss mich auch zweimal treffen. Mann! Der muss mich zweimal treffen. Es geht gar nicht, dass er mich nur einmal treffen kann. Weil ich da nämlich so blöd runterfalle... ...dass ich anscheinend getroffen werden muss. Meine Fresse! Ihr könnt auch nicht noch mehr Projektile hier rum... ...scheißern, ey. Das ist der Wahnsinn. So, F5. Ja, wow. Ja, ist okay. Ist okay. Ich fall einfach durch die Wolken durch. Ey, das Spiel ist so nervig. Es widert mich so an. Oh, da möchte ich... Ey. Ne. Möchte ich... Da kommen meine innersten kranken Fantasien ans Tageslicht, ey. Und ich selber nicht mehr wusste, dass sie existieren. Boah, spring doch, du Spasti! Was ist denn los mit dir? Warum springt Rayman einfach manchmal nicht? Das verstehe ich nicht. Der springt manchmal einfach nicht. Das ist so behindert einfach nur. Wo bin ich denn... Was zum Fick? Was zum Fick? Einfach nur, wo bin ich denn jetzt gerade gelandet? Achso, ich bin vorbei. Ey, das ist so schlecht, ne? Es hat so behindert... Dieses Hitboxen im Spiel werden einfach nicht ersichtlich. Man weiß aber nicht, wo die Wolken anfangen. Wer hat übrigens erfunden, dass man auf Wolken läuft? Das ist völlig unlogisch. Wir schauen bei anderen Spielen auch, Leon. Ist mir egal. Ist mir egal. So, jetzt springen. Springen! Springen! Oh, okay. Alter, 5. Meine Güte, ey. So, den kann man irgendwie auch nur... Aber noch eine Chance, den zu töten. Einmal versagen, könnte einfach alles knicken. Meine Fresse. So. Ey, 19 Minuten, mir fehlen immer noch 3. Mann, ey. Ist das nervig einfach nur. Ist das nervig. Ey, ich könnte... Ist es so nervig, dass ich anfangen könnte zu heulen, ja? Ah, ich mach das jetzt noch in dem Part. Ich mach das einfach noch. Ja, okay. Ja. Ich weiß, ich wollte abspringen und die haben einfach so... Blablabla, 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 blablabla. Ich fall runter. So sieht das nämlich in dem Spiel aus. So, funktioniert es bei dem Spiel. Ihr habt da gemerkt, ne? Ah. Ah, ich hab auch gute Nachrichten, ne? Ich hab das schon gesagt. In der Livestream-Ankündigung, die im Idealfall wieder gelöscht ist. Äh, nein, Moment. Noch nicht, wenn ihr diese Folge eventuell das erst mal seht. Ähm. Ich habe, ja, wieder Schule in ein paar Tagen. Aber. Ich glaube, ich kann mich auch irren. Aber ich glaube. Aha. Warte mal, ich glaube. Genau, das wird ja noch ein Leben. Cool. Ich glaube, ich schreibe dann erst einmal. Warum? Warum? Was scheinst du da jetzt, Kugel? Ich schreibe dann erst mal keine Arbeiten. Bzw. Ja, ich bin mit Klausuren, glaube ich, durch. Ich schreibe dann erst mal die nächsten drei Wochen. So, und hier ist der nächste. Keine Arbeit. Bin mir nicht ganz sicher. Ich hätte nochmal nachgucken sollen. Was aber irgendwie klar ist, ich kann wenigstens wieder Raymond aufnehmen, ohne groß für die anderen Stress zu haben und so. Ja, ja. Das ist ganz schön. Damit ich dieses Wix-Game endlich hinter mich kriege. Das wäre schön. Ja, unfairer geht es ja wohl nicht hier, ne? Okay. Einfach mal drei Stück auf einmal. Okay, Spiel. Okay. Das ist absolut fair. Boah, die Projektile sind im Spiel aber auch so schlecht, ne? Weil einfach so, alle auf einmal ankommt. Na gut, ich kann auch rüberspringen. Ach, ich kann auch rennen hier. Ganz vergessen. So. Dann muss ich jetzt weitermachen. Ich sollte mal wieder in den Safe-Sale sitzen. Fällt mir nochmal auf. Oh. Oh, Mann. Ey, wie soll ich denn da ausweichen? Das geht überhaupt gar nicht. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ja, okay. Komm. Ist okay. Ist okay, Spiel. Ich mach's einfach unersichtlich, wo ich springen kann. Ah. Ja, okay. Hitboxen sind real. Meine Güte, ey. Es widert mich an, dieses Spiel. Es widert mich einfach nur noch an. Ich trau mich auch nicht zu staten gerade, weil ich nämlich nur ein scheiß Leben habe. Was ich jetzt bei dem Ding hier verlieren werde. Ja, genau. Guck, da springt er schon wieder nicht. Da springt er einfach schon wieder nicht. Meine Güte, ey. Das ist echt so lächerlich einfach nur. Die Steuerung dieses Spiels... Ach, da geht's zurück. Die Steuerung dieses Spiels, ey. Die ist somit immer so lächerlich. Alter, ey. Scheiß 1995, ey. Alter, ey. Das ist echt nicht wahr. Man kann diesen Dinger nicht... Mann. Alter. Das Spiel kotzt mich so an, ey. Ganz ehrlich. Och, dann muss ich noch zwei Welten aushalten, ey. Das krieg ich doch nie im Leben geschissen. Alter, 5. So, jetzt fall ich aber runter, weil die Spiel einfach cool ist. Hör. Mach nochmal Alter, 5. Ja, okay. Da oben sind natürlich Stacheln. Wenn schon, denn schon. Mann. Raymond. Springen. Weißt du nicht mehr, wie man springt? Ei, 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 ey. Ich schwöre auf meine Mutti, dass ich die Leertaste drücke, ne? Sonst passiert hier einfach nichts. Sonst passiert hier einfach weniger als nichts. Okay. Jetzt fahre ich schon durch die Wolken durch, einfach nur. Ja, okay. Das ist ja auch richtig cool gemacht, ja. Mein Gott, ey. Ist das... Ich weiß nicht, ob ich hier oben lang muss. Ich hab keine Ahnung. Ach ja. Hier lang. Mach einfach so. Aha. War das wohl... Ja, okay. Ach so. Okay, okay, okay. Brauch du grad ein bisschen... Um zu checken, was ich hier machen muss. Boah, da komm ich ja wieder weg ins... Von dem Gebiet hier. Vielleicht aber auch nicht so ganz. Ja toll, wie soll ich denn jetzt bitte wieder zurückkommen? Muss dich jetzt irgendwie erstmal töten hier? Alter, maximale... Partikelpenetration hier, ey. Leckt mich am Arsch. So, ich hab keine Ahnung, wie ich jetzt am gescheitesten hier wieder wegkomme. Ich wundere es gerade irgendwie noch viel mehr, dass ich den hier gar nicht markiert habe auf meiner Karte. Auf meiner Karte. Auf meinem... In meinen Notizen. Aber zwei weitere. Das verstehe ich nicht. Ach so, das war auch der... Ach so. Dann hab ich einen übersehen. Moment. Nee, oder? Och, bitte nicht, Spiel. Bitte, Spielsammel, ich hab jetzt einen übersehen. Aber es kann eigentlich nicht sein. Weil der letzte fehlende bei diesen blauen Drehteilen ist. Aber ich mein, ich war noch nicht bei dem blauen Drehteil. Ach, mach mich doch fertig. Ich fang an, dieses Spiel leidenschaftlich zu hassen. Was heißt anfangen? Ich tue es eh schon längst. Mann, das ist doch nervig. Wieso bin ich eigentlich so inkompetent, mir mal richtig Sachen aufzuschreiben, ey? Ja, okay, jetzt bin ich tot. Das war's in mir. War schön mit euch. Okay, vielleicht doch nicht. So, wo komm ich jetzt raus? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Tatsächlich. Boah, fuck, wo hab ich den denn jetzt übersehen? Oh, man. Okay, Leute, ich werd speichern. Im nächsten Part holen wir uns den einen da noch schnell. Ich werd da auf Screen hinlaufen und dann machen wir das nächste Level, okay? Bis zum verdammt nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.